servus freunde sind wir wieder zu einer weiteren runde fifa 17 ich weiß nicht wo wir letztes war so lang ist gar nicht her aber wir haben drei skill punkte so damit sollten wir erst mal hier was aber letztes gesagt schießen verbessern auf jeden fall weil weitschuss angeschnitten schüssen um der freistöße ist das hier außerhalb des strafraums genau das dazu dafür habe ich gespart erst mal und jetzt gehen wir weiter bei benachtigung hier war auch nicht jetzt war das hier in der startaussteuerung sind ja und im pokal sind feier leider rausgeflogen weil einfach mal internet gesagt hat oder so ist sich aber gar nichts ändern jetzt geht es weiter liga gegen die wolfs und hier ist natürlich spiel mit hunter natürlich sind wir in der aufstellung natürlich wer auch sonst gerne benachtung mehr also ab aufs feld die haben wir in der startaussteuerung sind nichts mehr keine herausforderung fällt mir gerade so oft willkommen buschi ja sie wird fuß und wir mal bald über fuß buschmann bald fangen wir lernen da ist williams danny williams und hunter nehmen an da sind wir ein kar es ist seit über 80 jahren spielst wir spielen als hunter das heißt sich das ganze steuer erst ein bisschen noch spieler wissen und dann wechselte man das so nach dem spitznamen des klubs benannt hier vorne ok nicht ich stehe um schön es ist eine ruhe aufbauspiel so ja meint schön na fast schön sagst du so tempo können wir ja anscheinend nicht weiter erhöhen so scheint es mir zumindest das ist ein schwach weil ich sage ja schade ich habe zu schön es klappt hätte hat das hier hinterher hat er geht da ja das ist voll vorsichtig spiel auf dem gegner verschluss und den stempel ein verdreht was war ja die stunden direkt frei wenn man nach unten oben steht danny jetzt williams ist doch nicht die sind geduldig und warten auf die lücke schön schön tolle vorlage können wir auch und holen können wir tun wir haben eine vorlage schön lösst bei uns hat er natürlich viel gehalten da wer viel früher untergegangen wird aber da nicht hier stehe ich nicht wir können versuchen wir hätte zu schießen ok das wird glaube ich extrem hart weil dieses spiel ist echt mega hart schon bei der abnahm versuch da steht er gut er kann dazwischen gehen nur pass perfekt und jetzt probieren können jetzt rechts scheiße hier der gegner hat den ball ja da gebe ich noch an die deutsche post wenn ich die deutsche post er kommt an den wahl ist der geld obwohl wir das er so nütze amazon spiel bisher sind grün was drin bisschen nicht kleine amazone schönes ding schön was schön was und wow wow das war ein geiles ding das war ein richtig geiles ding gewesen jose stehe schön wir sind verletzt unter 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 über uns ist irgendwie ein kleines kreuzchen wegen da seht das da verletzungen alexander was haben wir getan ich habe versucht ball abzunehmen von mitspieler wir wollen nicht erfüllt es war jetzt gar nicht mehr so gut es ist halt die frage ob es jetzt irgendwie noch ein nachspiel hat ob die ja ausgelöst werden hier vorne um so bin ich so es war ja mega schwach ich habe mich von mir verletzt sind ich habe doch gar nichts gemacht es geht gegen spiel laufen auf abzunehmen das war es liegt am tempo eventuell bis wir ausdauer aber wir haben auch richtig ausdauer gehabt normalerweise normalerweise so wie ich mir das herr männer ich kann ich mich überfordert das sprachlos gefährlich werden da gewinnt er den zweigam hier umstehen wir ah wenn zwei gehts land war irgendwo ist die kunden anbieter und da kommt die offizielle nachspielzeit zwei minuten sind es noch er spielt den steifers aushilfe hier passen ok nur weit aber die kenne laufen nur ausdauer ist zwölf runter aber ich weiß nicht ob es irgendwas zu tun hat mitspieler schon geschickt mit dir du hast ja schon geschickt und dir mit deinem guten auge eine vorlage verdient toll übersicht mit der vorlage stimmt wieder mit spieler im raum von der übersicht das spielst herrlich wie du beim zweikampf abgeluchst hast aber nichts von der verletzung irgendwie ha die zweite hälfte läuft ja wir landen echt hier bei 7 kommender wenn es weiter geht wir sind viel zu weit hinten irgendwie 1 5 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 bis 6 Uhr ab vorhin mal sehen ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen noch nicht schädlich der Angriff ist erst mal vorbei sie verlieren der Barschen die Flagge kommt gut rein der Barsch wurde gut weg gefaustet und sobald er nicht was los nehmen ach man Noste bei Spiegel aber er war er mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor oder werden sie doch noch gestoppt das war eine gute Gelegenheit schön Schürmer Orschel an der Mutter A kein guter Schuss der geht bei der Salzschwache Schuss stimmt hier steht jetzt hier das uns über Neubewertung echt berechtigt dieser als weich mega kacke halbe Stunde noch dann ist das Spiel vorbei und 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 super Einsatz hier oben schön 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 oder bemerkt dazwischen und verhindert die Flanke kommt noch eine Chance was ist neben jackson der meinte muss ein wort geben okay wir haben wir stehen vorne die schwache passen passt was los ist hier unsere ausdauer ist echt am popo das ist gar nicht mal so gut da ist besser als ecke das ist schon richtig 20 minuten haben wir noch auf der uhr mal sehen was sich noch tut 20 minuten bei uns ja so war war letztendlich nicht mehr wie es aussieht das ist ein faul und der schiedsrichter die faul der muss ja mal einfach sagen ok klappen können ich bin leider man sonst scheiß aber auch abseits okay so kann man auch freiläufe und und kann auch aus der drehung mit anschneifersuch ist nicht ganz so geil sie bei 7 9 wir wollen mindestens 8 oder mindestens hier wechselt die spieler so umstehend können mich nach nur wird und nicht nach nur wird er möchte auch oder wird aber kommt kommt das spiel bis zum schluss tut sich hier noch was jetzt gefährlich weiß es weiß sie machte erwertung da uns wieder bis im mault ojo ist schon fast und sage außer mehr schlicht hat das sind bei berührt hat wie jackson hochheißer und was sie machte was glaube ich das ist jetzt nicht ganz so geil das kaputt machen wir und uns geht es ja super wie es aussieht so trainer sagt bestimmt irgendwas zum maul ja das bildfeld besser im ball besitz umgehen es entscheidend wie das spiel geschehen kontrollieren möchten wollen wie immer wir haben sie machte wertung 1 2 gewonnen wir sind bis jetzt das war glaube ich erster noch wenn mich irre ich habe schon schlimmeres gesehen mit pech geht das weg pech warum das denn richtig du bist ein kind pause eis compression hochlagern immer eine kurze auszeit dann trainier weiter du musst clever sein alex es gibt keinen grund immer nur vollgas zu geben teilt ihr ein sucht ihr deine glanzpunkte sowie ibrahimovic da war doch ungefähr so ok wir haben durch ein kleid verband drum bekommen und das war es eigentlich wenn wir durch truppen bekommen und wir können hoffentlich nicht mehr wird machen ich hoffe es ist ehrlich gesagt markt hätte sie gestiegen und mein staat ist auch noch ok dürfen sie es bis zu kommen ist halt die frage was machen weil ich weiß nicht so ganz attribute aber nichts dazu bekommen keine kämen diesmal super sieg und bis 6 trikot check gut laune check hat sie könnten 6 hat das spielt richtig spaß gemacht das story ist echt interessant muss ich sagen